Boxlegende mit 54 gestorben Die deutsche Boxlegende Graziano Rocchigiani ist Tiot. Er ist an den Folgen eines Autounfalls in Italien ums Leben gekommen. Er soll als Fußgänger unterwegs gewesen sein. Quelle, Promenius bei BitBoy Jax Einer der bekanntesten deutschen Boxer ist tot. Der frühere Weltmeister Graziano Rocchi Rocchigiani ist in Folge eines Autounfalls in Italien ums Leben gekommen. Der deutsche Boxsport ist geschockt und trauert um einen seiner ganz großen, Ex-Weltmeister Graziano Rocchi Rocchigiani ist bei einem Autounfall in Italien gestorben. Das bestätigte die Polizei Brandenburg. Rocchigiani soll über einstimmenden Medienberichten zufolge seine Freundin in Italien besucht haben, bei dem Unfall war er als Fußgänger unterwegs, weitere Details zum Unfallhergang lesen Sie hier. Der 54 Jahre alte Ex-Champ galt über Jahre als einer der besten Profiboxer Deutschlands. Fiel aber auch durch seine flotten Sprüche auf. Anfang des Jahres stieg er beim Fernsehsender Sport 1 als Experte ein. Es wird Zeit, dass mal wieder ein bisschen frisches Blut in die ganze Boxgeschichte kommt, hatte er sein Kommen angekündigt. Graziano Rocchigiani im Mai 2016 Der Ex-Weltmeister ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Quelle, Alpner-Imago Rocchigiani war aber auch deshalb regelmäßig in den Medien, weil er turbulentes Leben führte. Der Sohn eines sörtischen Eisenbiggers erlernte im Westtal Berlins das Boxen, wurde zweimal Weltmeister, scheffelte Millionen, verprasste alles, stürzte ab und lebte lange von Hartz IV. In der Vergangenheit habe ich mich oft wie auf einer Achterbahn gefühlt. Für kurze Zeit ganz oben, als strahlender Sieger, und dann plötzlich wieder ganz unten, am Boden zerstört. Einmal fand ich mich im Straßengraben wieder und dreimal auch im Knast, sagte der Bad Boy des deutschen Boxsports einmal. Das ganze Drama seines Lebens wurde deutlich, als Ex-Ehefrau Christine ihre Autobiografie Knock It Out nach zwölf Runden, vor einigen Jahren veröffentlicht hatte. Drogen, Prostituierte, häusliche Gewalt, Knast, Scheidung, Rocchigiani ließ keinen Skandal aus. Mehrmals musste der Mann aus Berlin schöne Bäck hinter Gitter, und andere wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung oder wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ehefrau war auch dabei, als Rocchigiani einen der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte des Profiboxens führte, und gewann. Am 22. März 1998 hatte sich der Rechtsausleger von 9000 Zuschauern in der Berliner Max-Schmülling-Halle durch einen Sieg gegen den Amerikaner Michael nun den WM-Titel der WBC im Halbschwergewicht gesichert. Als erster deutscher Boxer widerlegte er das Motto den Evercomeback und wurde zum zweiten Mal in seiner Karriere Champion. Darius Zmich-Altsitski, L, gegen Graziano Rocchigiani, Rocchi verlor beide Duelle knapp und umstritten. Quelle, Sven-Simon-Imago Vier Monate später sorgte das World Boxing Council, WBC, für einen Eklat. Der Verband, in dem bereits Mehmet Ali Weltmeister war, ernannte plötzlich den Amerikaner Roy Jones zum neuen Champion. Rocchigiani fühlte sich bestohlen und zog in den USA vor Gericht. Am Ende wurden ihm 31 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Dem WBC drohte der Konkurs, 2004 ging Rocchigiani auf ein Vergleichsangebot ein und bekam 4,5 Millionen Dollar. Es dauerte aber nicht lange, da war auch diese Summe durchgebracht. Zur tragischen Figur wurde Rocke zur Zeit des deutschen Boxbums in den 90er Jahren in Kämpfen gegen die damaligen TV-Lieblinge Henry Maske und Darius Zmich-Altsitski. Beide Weltmeister hatte er am Rande einer Niederlage, verlor aber jeweils umstritten. Die Rückkämpfe gab er klar ab, sodass ihm der Aufstieg zum nationalen Helden verwehrt blieb. Am 11. März 1988 war der Stern des Profiboxers Graziano Rocchigiani aufgegangen. Vor 6000 Zuschauern prügelte der damals 24-jährige in Döldorf den Amerikaner Vincent Boulevare, USA, im Ipftitelkampf des Supermittelgewichts Windelweich. Schon damals zeigte sich sein typischer Stil, sobald er sich bei einem Gegner festgebissen hatte, war der jüngere Bruder von Profiboxer Ralf Rocchigiani nicht mehr zu halten und zeigte spektakuläre Schlagserien. Über Nacht war der Shooting-Start zum Champion geworden, Deutschland hatte nach Max Schmeling und Eckhardt Tage seinen dritten Weltmeister im Profiboxen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team